Schauen wir uns nun einmal den Aufbau einer Anfrage, eines Requests, genauer an. Ein HTTP-Request lässt sich auf der Konsole unter Telnet wie folgt angeben. Jede Zeile wird mit Return und Newline abgeschlossen bzw. Carriage, Return und Line Feed. Die erste Zeile unserer Telnet-Kommunikation würde lauten, sie nennen die Request-Methode, Request-Method. Die Ressource, die sie haben wollen, manipulieren wollen oder über die sie eine Information haben wollen und sagen, welche Sprache sie sprechen, an welches Protokoll sie sich halten werden. Über Request-Methoden, RFC 2616, spezifiziert neun davon, die häufigsten dürften wohl GET und POST sein, unterhalten wir uns in einem späteren Beitrag. Sie schreiben also in großen Buchstaben GET und unter dem URL, den Uniform Resource Locator, das ist die Adresse, unter der die Ressource relativ zur Domain auffindbar ist. Dort schreiben sie halt die Adresse ihrer Ressource hin und benennen die Version ihres Protokolls. Alles passiert zeilenweise danach. Wir sprechen von einem Header und wir sprechen von einem Daten, Data, der Nutzlast. Es gibt beliebig viele Headers, die Sie an den Web-Server richten können. Sie alle haben das Format Bezeichner Doppelpunkt Wert. Schauen wir uns das an, wie das im Add-on Firebug zum Browser Firefox aussieht. Schön formatiert, also nicht, wie man das auf der Konsole sehen würde. Dort signalisiere ich als Anfrage, welche Formate, das sind MIM-Typen, ich akzeptiere, in welcher Wahrscheinlichkeit. Das ist recht kompliziert und muss uns im Augenblick nicht interessieren. Ich möchte eine Textdatei in der Seitenbeschreibungssprache HTML. Es geht auch als Repräsentation meiner Ressource, dass ich das Ganze als XML-Dokument bekomme. Ich bin in der Lage, als Empfänger dieser Ressource eine gesippte Präsentation entgegenzunehmen. Entweder nach dem Standard GNU-SIP oder DEFLATE. Auf diese Weise kann man die Last auf der Leitung in der Regel auf ein Drittel reduzieren. Also statt 100 KB vertragen sie in der gesiebten Version nur noch 30 KB. Ich spreche Deutsch mit dieser Wahrscheinlichkeit oder amerikanisches Englisch mit dieser Wahrscheinlichkeit oder alles andere in der. Nehmen Sie es nicht so genau, was da steht. Das ist irgendwie auch anachronistisch. Die Verbindung, die wir aufgebaut haben über TCP, soll bestehen bleiben, weil ich habe noch mehr Anfragen. Und die 200 Millisekunden für jeden TCP-Verbindungsaufbau, die möchte ich mir sparen. Das ist imperformant. Alles muss innerhalb einer gewissen Zeit bei mir verfügbar sein. Mit allen Komponenten, mit allen Audio, Video, CSS und JavaScript-Dateien. Ja, darf das Ganze in der Regel nicht länger als sieben Sekunden dauern. Ich bin Localhost. Davon gibt es zugegebenermaßen sehr viele. Aber das kommt ja aus unserer Umgebung, der VM. Ich kann auch was über meine Identität sagen. User Agent. Ich bin ein Mozilla-Produkt, Version 5.0. Ich laufe auf einem Macintosh mit einem Intel-Prozessor. Betriebssystem X10.7, Revisionsnummer. Ich bin eine Rendering-Engine Gecko mit dieser Bildnummer. Und man kann mich auch als Firefox in der Version 12 ansprechen. Das ist ganz nett. Wir werden im Design-Kapitel darauf nochmal eingehen, um herauszufinden, okay, wenn er so gestrickt ist und auf dieser Plattform da arbeitet, dann bieten wir ihm ein Responsive Design, also genau zugeschnitten auf seine Fähigkeiten. Also aus heutiger Sicht macht ein so länglicher Eintrag als User Agent durchaus Sinn. Wie sieht der Aufbau aus, den der Web-Server, der Apache, zurückliefert? In der ersten Zeile, anstelle eines Hallo, sagt er HTTP 1.0 oder 1.1. Das muss als erstes kommen, weil was danach kommt und ich nicht gesagt habe, nach welchem Protokoll ich arbeite, ist ja unverständlich. Danach sofort ein numerischer Code, der signalisiert, ob ich die Meldung verstehen konnte, ob ich sie bearbeiten konnte und dergleichen mehr. Die sogenannten Status-Codes, die werden in einem weiteren Beitrag nochmal detailliert behandelt. Und damit Sie mit Nummern in der Regel nicht viel anfangen können, also 200 oder 403 und 500, das ist Ihnen ja schon begegnet, auch bei Aversity, kann man es ausschreiben, in einem Halbsatz, die Statusmeldung. Auch dazu später mehr. Gucken wir uns das an, wie das im Firebug analysiert wird. Er antwortet, ja, ich halte die Verbindung aufrecht. Ich bin in der Lage, HTTP 1.1 zu sprechen. 1.0 konnte das nicht. Und meine Ressource hat diesen Zeitstempel. Mach damit, was du willst. Vielleicht genügt es ja, dass aus dem Cache das Ganze fischt. Es hat einen eindeutigen Bezeichner, Tag, Entity Tag. Kann zum Cachen verwendet werden. Und ja, dieses Keep Alive, maximal 100 Verbindungen, das benenne ich auch. Und ich bin ein Server von Typ Apache, Version 2.2.14, auf einem Unix-System. Und ich habe diese Komponenten noch installiert, in diesen Versionsnummern. Und das ist ein Sicherheitsbug. Aber da wir uns ja auf Localhost bewegen, kann man das mal so machen. Wenn Sie diese Identität, Produkt, ja, wie soll man es nennen, Signatur, so hinaus posauen, kann jeder, der sagt, okay, SSL 2.2.14, da gab es doch eine Sicherheitslücke. Die kann ich hier direkt ausnutzen, ja, oder auch bei 5.3, da gab es auch diverse Hintertüren, um Root-Rechte zu erlangen. Sowas sollte man nicht hinaus posauen. Danach eine Leerzeile und dann kommen die Nutzdaten, wenn es eine Get-Anfrage war. Könnte ja auch eine Head-Anfrage sein, dann kommen keine Nutzdaten. Könnte ja auch eine Head-Anfrage sein, dann kommen die Nutzdaten.